Wie ist die Skifahrer der Skifahrer der Skifahrer der Skifahrer? Ich denke, 10 ist immer schwierig, weil man sich nie 100% bereit fühlt. Aber ich würde schon so 8. Und die Öffentlichkeit hat immer Erwartungen. Das deutsche Volk hat Erwartungen, was die Viktoria Rebensburg reißen soll. Was sind Ihre eigenen persönlichen Erwartungen an sich selber für die kommende Saison? In erster Linie natürlich im Riesensaal weiterzumachen, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Sprich, um die Kugel mitzufahren. Das ist sicherlich das Hauptziel für die Saison. Dann ist es für mich schon auch wichtig, dass ich mit dem Super-Ski den Lauf, den ich letztes Jahr aufgebaut habe. Das Gefühl, das ich da mitgenommen habe, dass ich das die nächste Saison umsetze. Dass ich viele gute Rennen gehabt habe im Super-Ski. Dass das dann eben auf dem Papier sich so widerspiegelt. Es waren leider letztes Jahr einige Rennen dabei, wo es nicht ganz aufgegangen ist. Sei es jetzt mal von der Sicht in St. Moritz oder mal ein Fehler zur falschen Zeit, um dann ins Flachstück nicht den Topspeed mitzunehmen. Mal ein Sturz, der dabei gewesen ist. Das war eben schön, im Super-Ski das umzusetzen. Welche Rolle spielt der Gedanke an die Große Kugel? Sie haben jetzt von der Kleinen gesprochen. Die Große ist ja durchaus auch ein großes Thema für Sie, weil die Michaela Schäferin zu biegen, da braucht es wahrscheinlich drei erfolgreiche Disziplinen. Ja, also ich sage jetzt mal, zwei richtig Top-Disziplinen wären schon mal ganz gut. Aber ein Gesamtweltcup ist für mich jetzt, ich denke da nicht dran. Es ist, ich sage mal, die Voraussetzungen wären schon da, aber es muss einfach so viel passen, um das dann auch gewinnen zu können. Und ja, deshalb für mich ist einfach Step by Step wichtig im Riesensaal und da voll mit vorne dabei zu sein, so wie es eben auch letztes Jahr war. Und eben einen Super-Ski da den nächsten Schritt zu machen. Und wieso funktioniert die Zusammenarbeit Tegernsee und Malters, also Viktoria-Rebensburg und Stöckli, warum funktioniert das so gut? Das scheint ja eine optimale Symbiose zu sein. Ja, das stimmt. Ich bin ja wirklich total happy, bei Stöckli zu sein. Es ist ein super Ski. Es wird wirklich sehr viel Wert auf Detail gelegt und natürlich auf Qualität. Und ich denke, die Eigenschaften paaren sie ganz gut an mit meine. Und ja, dadurch haben wir eine gute Zeit und ich hoffe, es geht so weiter. Drücken wir Ihnen Daumen für das nächste Jahr, also für die nächste Saison auf jeden Fall. Bleiben Sie verletzungsfrei und toi toi toi. Danke.